Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der S&P 500 zieht sich von seinem Monatshoch zurück und seit der vergangenen Woche hatte der Index ja bereits einige Schwierigkeiten, die Erholung fortzusetzen, aber ob das schon reicht, um eine neue Verkaufswelle zu rechtfertigen, das wollen wir uns mal genauer anschauen. Denn Risiko und Weise gibt es natürlich wie immer vorab, der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen soll es sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Gehen wir direkt rüber in die X-Station und wir schauen uns den S&P 500 mal im Wochenchart an. Der Abwärtstrend ist nach wie vor intakt, es werden tiefere Tiefs und tiefere Hochs erreicht. Auch die kurzfristige Struktur spielt hier mit. Kurzfristiger Aufwärtsimpuls, Unterstützung haben nicht gehalten, Abwärtsimpuls und jetzt haben wir eine Erholung bzw. eine Aufwärtskorrektur. Das heißt, alle Trends sprechen für weitere Kursverluste und der Index hat sich jetzt kurzfristig auch von dem neuen Monatshoch zurückgezogen. Im Tageschart sehen wir, dass die Rallye gestern für einen dritten Tag in Folge ausgebaut werden konnte, allerdings nur mit einem Doji. Also wir sehen, dass es schon Unentschlossenheit gibt nach einer starken Aufwärtsbewegung und heute im vorböslichen Handel nimmt der Verkaufsdruck deutlich zu. Ob das jetzt reicht, um eine neue Verkaufsfälle auszulösen oder ob es vielleicht doch noch die Chance gibt auf eine weitere Erholung, da wird uns natürlich der 4-Stunden-Chart mehr verraten. Der S&P 500 fällt, aber der Rückgang ist vorerst nur als Abwärtskorrektur im Aufwärtsimpuls einzuordnen. Kurzfristig versucht der Markt sich hier sogar wieder zu stabilisieren und erst ein Bruch unter das Tief bei 3980 Punkten würde den Aufwärtstrend beenden. Und solange das nicht geschieht, gibt es die Chance auf einen weiteren Anstieg. Mögliche Ziele gibt es natürlich im großen Bild. Wir haben das Monatshoch, das Hoch vom Dezember, das mehr oder weniger mit dem 78,6% Retracement übereinstimmt von der vorigen Verkaufswelle und ganz entscheidend das Augusthoch. Ein Ausbruch nach oben würde den langfristigen Abwärtstrend beenden und das könnte dann auch ein Signal dafür sein, dass es einen neuen Bullenmarkt gibt. Mehr Analysen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.